Gestern Abend, am 22. März 2024, kam es in der Nähe von Moskau zu einem der größten Terroranschläge der jüngeren russischen Geschichte. Und vieles ist noch nicht bekannt, das ist, wie gesagt, erst vor ein paar Stunden passiert, aber in diesem Video möchte ich mal zusammenfassen, was wir bisher wissen. Und ich möchte zuerst erzählen, wie dieser Anschlag passiert ist, was genau da abgelaufen ist. Und im Anschluss möchte ich ein bisschen auf die Hintergründe eingehen. Welche Warnungen es schon in der Zeit vor dem Anschlag gab und wer die möglichen Täter sind. Aber zuerst fangen wir mal an mit den Ereignissen vom gestrigen Abend. Um etwa 20 Uhr Ortszeit begann der Angriff in der Krokus City Hall. Das ist so eine Event-Location für Konzerte und ähnliches in der Nähe von Moskau. Genauer gesagt in der Stadt Krasnogorsk, die ist so direkt am westlichen Rand von Moskau. In dieser Halle sollte die russische Band Picknick auftreten. Und das Konzert war ausverkauft, nach allem, was wir wissen. Und etwa um 20 Uhr, noch bevor das Konzert losging, haben mehrere Männer in Tarnkleidung das Gebäude gestürmt und haben aus Sturmgewehren das Feuer eröffnet, auf die Menschenmenge. Es ist auch die Rede davon, dass Brandbomben eingesetzt wurden, was zu den Bildern passen würde, die wir gesehen haben. Also das Gebäude stand ab einem bestimmten Zeitpunkt in Flammen. Es gibt wohl Berichte, dass sogar heute Morgen noch, obwohl es hieß, es sei alles gelöscht, dass heute Morgen noch, Flammen irgendwie zu sehen waren. Auf jeden Fall haben diese Angreifer das Feuer eröffnet wahllos auf die Menschen geschossen. Momentan sieht es so aus, als seien über 60 Menschen getötet worden und mehr als 100 seien verletzt. Und viele von diesen Verletzten befinden sich in Lebensgefahr. Das heißt, diese Zahlen der Toten, die könnten auch zum jetzigen Zeitpunkt noch steigen. Und gleichzeitig mit diesem Konzert fand auch noch eine Tanzveranstaltung statt für Kinder und Jugendliche. Also wir haben die Situation, dass unter den Verletzten, nach Angaben der russischen Behörden, auch Kinder sind. Im Laufe des Abends gab es die Berichte, dass sich die Täter wohl in dieser Halle auch verschanzt hätten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das kann man nicht sagen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass russische Spezialeinheiten vor Ort waren später. Die Sober-Gruppe und auch Omon, also zwei russische Spezialeinheiten, die genau für diesen Zweck eigentlich ausgebildet sind. Und die haben später das Gebäude gestürmt. Aber, und das ist sehr interessant jetzt gerade zu wissen, es wurde keiner der Täter festgenommen oder getötet. Die Täter, da ist die Rede davon, dass es so etwa ein Dutzend sind, zwischen vier und sechs, genau weiß man es nicht. Aber die sind nach wie vor auf der Flucht. Und zwar in einem weißen Renault. Von denen fehlt jetzt, also am Tag danach, am Morgen, noch jede Spur. Und die russischen Behörden suchen mit Hochdruck nach diesen Tätern, die gestern Dutzende Menschen ermordet haben. Und natürlich ging die Spekulationen los. Wer sind die Täter? Wer steckt dahinter? Hat es irgendwas mit der Ukraine zu tun oder nicht? Und im Laufe des Abends scheint sich diese Frage beantwortet zu haben. Denn der islamische Staat hat sich zu diesem Anschlag offiziell bekannt. Und noch genauer ISIS-Key, beziehungsweise die Khorasan-Gruppe vom islamischen Staat. Khorasan ist so ein alter Begriff für die islamischen Gebiete Zentralasiens. Und ISIS-Key oder ISIS-Khorasan, das ist die Gruppe des islamischen Staates, die hauptsächlich in Afghanistan aktiv ist. Und das ist eine interessante Geschichte, werde ich jetzt wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit auch mal ein Video dazu machen. Die bestehen zum Teil auch aus ehemaligen Taliban, denen aber die Taliban wohl nicht extrem genug waren. Und ISIS-Key ist mittlerweile die gefährlichste Terrorgruppe in Afghanistan und verübt dort schreckliche Anschläge. Ich selbst war im Jahr 2022 in Afghanistan und als wir dort waren, gab es auch wieder einen Anschlag auf eine Moschee mit sehr vielen Toten. Und auch das war das Werk von ISIS-Key, der Khorasan-Gruppe des islamischen Staates. Und jetzt kann ich auch nahtlos übergehen, so ein bisschen in die Hintergründe zu diesem Anschlag. Denn es ist nicht das erste Mal, dass in Russland islamistische Terroristen zig Menschen ermorden. 2004 gab es das Massaker in Beslan. Da sind Terroristen auf eine Schule vorgedrungen und haben Geißeln genommen. Auch da Dutzende Tote. Katastrophal. Zwei Jahre vorher gab es in Moskau selbst eine Geißelnahme in einem Theater. Auch das Ganze, das wurde gestürmt von russischen Spezialeinheiten. Da gibt es sehr viel Kritik nach wie vor am Vorgehen dieser Spezialeinheiten. Weil auch durch dieses Stürmen wohl Dutzende Menschen gestorben sind. Es gab den Einsatz von Betäubungsgasen, was wohl auch dazu beigetragen hat, dass Menschen gestorben sind. Und also, es ist nicht das erste Mal, dass Russland Probleme mit islamistischem Terrorismus hat. Und es ist jetzt noch interessant, zu den Hintergründen zu berichten. Anfang März gab es, also erst vor drei Wochen, gab es Gefechte zwischen Sicherheitskräften, russischen Sicherheitskräften und islamistischen Militanten in Ingushetien. Und des Weiteren gab es auch Anfang März die Meldung, dass russische Sicherheitskräfte in Moskau eine ISIS-Schläferzelle ausgehoben hätten. Also auch ISIS ist schon im März irgendwie aktiv gewesen. Und zusätzlich, und das ist besonders interessant, gab es auch schon Anfang März Warnungen der Amerikaner. Die amerikanischen Geheimdienste haben offiziell davor gewarnt, sowohl die russischen Behörden als auch ihre eigenen Staatsbürger in Russland, dass sie Informationen hätten, dass ein Anschlag möglicherweise kurz bevorstehe. Und sie haben auch Amerikaner aufgefordert, große Veranstaltungen zu meiden, da sie meinten, Menschenmengen und auch Konzerte seien möglicherweise ein Ziel von Terroristen. Die russischen Behörden haben das Ganze wohl nicht so ernst genommen. Es gibt Aussagen von Wladimir Putin, wo er sagt, die Amerikaner würden mit solchen Aussagen versuchen, ihn zu erpressen und sie würden nur versuchen, Panik zu schüren und Russland zu verunsichern. Das sagte er noch ein paar Tage, bevor jetzt dieser Anschlag tatsächlich stattfand. Und natürlich gibt es jetzt auch schon die ersten Verschwörungstheorien und möglicherweise Fake News. Eine russische Zeitung hat berichtet, dass die Bärte, die manche Opfer bei den Tätern gesehen haben wollen, dass die nur angeklebt seien und dass in Wahrheit russische und freiwillige Bataillonen, die für die Ukraine kämpfen, für diesen Anschlag verantwortlich seien, woher sie diese Information haben, um Gottes Willen. Darüber hinaus haben die russischen Behörden gesagt, dass die Amerikaner viel zu vorschnell agieren würden, wenn sie jetzt die Schuld dem islamischen Staat geben würden, nur weil er sich dazu bekannt hat. Und wem letztendlich die russischen Behörden die Schuld geben werden, das ist eine andere Frage. Die wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen. Die Ukraine sagt, sie hat nichts damit zu tun, auch wenn Russland momentan noch niemanden ausschließen möchte als potenziellen Drahtzieher dieser Anschläge. Aber wie gesagt, momentan deutet vieles darauf hin, dass es ein islamistisch motivierter Anschlag war, unter Beteiligung des sogenannten Islamischen Staates. Aber jetzt wird es erstmal spannend sein, ob die russischen Behörden es schaffen, die ganz konkreten Täter, die gestern Abend Dutzende Menschen erschossen haben, ob sie die zur Strecke bringen, ob sie die gefangen nehmen oder töten können. Denn momentan sind sie, wie gesagt, noch auf der Flucht. So, das war eine kurze Übersicht über das, was gestern passiert ist und ein paar Hintergründe. Und natürlich ist es eine laufende Entwicklung und sehr wahrscheinlich werden wir heute Abend schon mehr über die Sache wissen als jetzt. Ich dachte trotzdem, es ist eine gute Idee, euch einfach mal den bisherigen Stand zu präsentieren und wie immer, damit ihr ein bisschen besser informiert seid und euch eure eigene Meinung machen könnt. Danke, dass ihr dabei wart und bis dann.